Ich bin jetzt hier in Fortuna Düsseldorf. Ich freue mich sehr, hier zu sein und jetzt geht es los mit dem ersten Training. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr, hier zu sehen. Ich freue mich sehr, hier zu sehen. Hallo Leute, jetzt sind meine ersten Tage hier fertig. Ich habe hier einen super Tag gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen Feier gehabt mit den Fans. Es war auch sehr schön. Ich habe auch mit der Mannschaft heute zweimal Training gehabt. Es war halt ein anstrengender Tag, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, tschüss.